Als wir gewonnen haben, dann haben wir uns erstmal richtig gefreut und dann haben wir zusammen an einem Gedicht gearbeitet und es war richtig toll. Und das sagen wir heute dann auch auf. Wir haben das Laserbett erfunden, da legt man sich über Nacht rein und schläft da drin. Sobald man eingeschlafen ist, kommt Laser in die Ohren, das stellt die Härchen wieder auf. Also das muss man öfters machen in der Woche, sonst funktioniert das nicht, sonst fallen die Härchen wieder um. Und wir haben so angefangen, wir haben erst, also sie hat eine Heilkammer erfunden und wir haben uns gedacht, ja, aber das geht nicht, weil wir können ja nicht zaubern und schon kann man wieder hören. Und dann haben wir halt überlegt, ja, es könnte was in die Ohren reinkommen, vielleicht ein Seil und dann so, nö, lieber Laser, das ist ja viel cooler. Und dann haben wir halt das Laserbett zusammengestellt.